Wir gehen jetzt in die Stadt in Felizai und danach gehen wir in die Berge und besuchen die Familie von Libidon. Heute ist es so heiß hier, aber gestern war es noch heißer. Es ist einfach jeden Tag mega heiß. Ein Red Bull kostet hier mehr als ein Burger mit Pommes und Verlade. Red Bull ist hier ein Luxusgetränk. Für die meisten hier unbezahlbar. Kostet glaube ich 3 Euro, oder? 2,50 bis 3 Euro. 2,50 und ein Burgermenü kostet 2 Euro. 2,50 über 5 Euro. 10,50 bis 4 Euro. 5-50 bis 3 Euro. 1,50 bis 3 Euro. 5 Euro. Musik 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 Weil wir jetzt auf Besuch gehen, bringen wir was mit, denn man geht nie mit leeren Händen auf Besuch hier in Kosovo. Musik Musik As me jeb ne uje muj baluke pre, as me jeb ne uje muj baluke pre, messe tutu ya petrenda filme ye, messe tutu ya petrenda filme ye, Musik 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 As me jeb ne uje muj baluke pre, as me jeb ne uje muj baluke pre, messe tutu ya petrenda filme ye, messe tutu ya petrenda filme ye, Musik 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 Ich bin der Osten und der Osten und der Osten von dir. Musik 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 Oh, so nun die da pervetat, so nun die da pervetat. Karacejvidu, hanit djermashpefse nadumele, Irgendwie trinken hier alle dieses Joghurtzeugs, eine albanische Spezialität, das ist Maisbrot mit Joghurt. Das hier sind so typische Möbel, die hier alle haben. Das hier sind so typische Möbel, die hier alle haben. Das hier sind so typische Möbel, die hier alle haben. Drei, da, 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 deine Mama. fobaden Ich habe die Zondage auf die Straße. Das ist ein Schöpfchen, das ist ein Schöpfchen. Ja, 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 ja! Leck! Leck zu Plias!